Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Tagebucheintrag vom Projektbecken. Ja, es hat sich ein kleines bisschen was getan, neue Tiere etc. pp. Wer darüber mehr wissen will, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, danke schön für das Dranbleiben und wir legen dann auch direkt los. Ihr seht, das Becken steht gut da, zumindest dass man es in der Entfernung sehen kann. Ich blende euch das mal ein bisschen näher an und erzähle mal ein bisschen was dazu. Alles in allem steht eigentlich alles recht gut da. Es hat jetzt letzte Woche der Calciumverbrauch endlich angefangen, dass die Korallen dann angefangen haben zu wachsen und das Calcium zu ziehen. Ich bin jetzt Calcium mit am Dosieren, das heißt also alle Spurenelemente von den Essentials kommen jetzt mit ins Becken. Somit hat sich auch das Gesamtbild ein wenig verbessert, das ganze Gesamtpolypenbild. Von den Nährstoffen Nutrion P und Nutrion N bin ich immer noch am Dosieren, obwohl ich auch schon einen gewissen Fischbestand habe. Also sprich das Epo-Riv zieht immer noch ein bisschen, aber ich denke es ist nicht so viel. Das Becken steht jetzt so knapp. Ja, das ist glaube ich jetzt in der sechsten Woche, wenn mich nicht alles täuscht. Und alles in allem entwickelt es sich jetzt recht gut. Ich bin jetzt hingegangen und habe die kleine 6025, was glaube ich von Tunze, die hinten rechts in der Ecke war, die habe ich ausgestellt. Weil ich jetzt hier im Prinzip nur noch mit dieser 6055 eine Ringströmung veranstalte. Man sieht es im hinteren Bereich relativ gut. Die Gonyo, die kriegt einiges ab. Also es geht hier im Wirbel rum. Und der mittlere Bereich, wo die SPS stehen, wird dann dementsprechend auch durch diesen Wirbeleffekt abgegriffen. Das ist auch ein Grund. Im oberen Teil, wo die Claloverien jetzt da hin, die ich da hingestellt habe, da hatte ich ja die Pozilopora stehen. Die habe ich rausgenommen, weil ich jetzt keinen Platz mehr dafür hatte. Die ist jetzt wieder drüben im großen Becken. Man sieht aber bei den Double Color da oben, bei den Claloverien, dass da oben sehr, sehr wenig Strömung ist. Komischerweise etwas tiefer, wo die Valida steht, da ist schon wieder ein bisschen mehr Strömung. Und das sind nur ein paar Zentimeter auseinander. Aber so merkt man im Endeffekt, gerade in so einem kleinen Becken ist es unheimlich schwierig, alles gleichmäßig zu beströmen. Ohne jetzt, ich sage jetzt mal, die Optik zu versauen. Man könnte natürlich jetzt hingehen, hier vorne eine schöne Crossflow-Pumpe hinsetzen. Die wird über das Riff drüber blasen. Und ja, das wäre dann, ich sage jetzt mal, optimal. Aber von der Optik her wäre es, ja, pauschal gesagt Bullshit. Alles im Eingang, ihr seht, hier vorne ist alles schön offen. Und hier vorne in der Mitte ist eine schöne große Muschel eingezogen. Das ist so der Grund, warum drüben das Epo-Riff über ist und da eingezogen ist. Das habe ich hier unten rausgenommen, weil ich sonst keinen Platz gehabt hätte für diese Muschel. Hintergrund ist der, dass ich die Muschel hier platziere. Weil drüben im Becken sind mir schon zwei Muscheln eingegangen, wo ich nicht wusste, warum, weshalb, wieso. Und ich habe diese jetzt im Tausch gegen, ja, eine große Koralle hier gekriegt. Und wollte, auch weil sie von der Optik her sehr, sehr schön ist, ich blende euch auch mal ein separates Bild ein, wollte nicht riskieren, dass sie entweder angefressen oder von irgendeinem anderen Tierchen da angeknabbert wird und nicht durchkommt. Und da die Wasserwerte jetzt hier schön stabil sind, kann man das Ganze dann auch jetzt hier unter Beobachtung reinpacken. Die sieht aber sehr, sehr gut aus, hat sich auch schon sehr weit geöffnet. Und alles in allem bin ich damit sehr zufrieden. Tierbestand hat sich ein kleines bisschen erhöht. Es sind zwei Fahnenmarsche, zwei kleine Fahnenmarsche hinzugekommen, die natürlich, wenn sie größer werden, wenn sie abgewachsen sind, dann rüber ins große Becken wandern, weil die haben dann hier ab einer gewissen Größe nichts mehr zu suchen. Die habe ich jetzt erstmal nur zur Unterstützung mit reingepackt, weil sie, ja, eben entsprechend mitfressen sollen. Was habe ich noch reingepackt? Ach ja, ein neues Spinnenfisch-Weibchen ist reingekommen, weil das andere hat es ja nach zwei Tagen nicht geschafft. Ich glaube, das hatte ich euch noch gar nicht gesagt. Die ist einfach verschwunden. Ich vermute mal, entweder einer der Schnecken oder etc. hat die wahrscheinlich entsorgt. Die war nicht ganz so fit wie das Männchen, was jetzt hier vorne rumschwimmt und fein alles seinen Kamm aufstellt. Die ist hinten fit im Riff unterwegs, ist jetzt auch schon seit knapp anderthalb Wochen drin und ist futterfest. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ich kann sie mit Frostfutter futtern. Das habe ich mir auch im Laden zeigen lassen. Deshalb habe ich die ja auch dementsprechend eingesetzt. Wenn man sowas macht, kann man natürlich auch hingehen und Lebendfutter verfüttern. Da muss man dann allerdings halt auch gucken, dass man immer regelmäßig drankommt. Und bei mir hier im Bereich ist es nicht ganz so einfach, an Lebendfutter dranzukommen. Deshalb gucke ich immer, dass ich frostfuttersichere Tiere kriege. Ja, was hat sich noch getan? Der Bodengrund wird hier und da so ein kleines bisschen dunkler. Aber da sind auch die Schnecken schon kräftig dran und sind die Pärchen, die Tonga-Pärs hier und da wieder am Säubern, am Abknabbern. Also es ist tatsächlich so, dass es hier und da etwas dunkler wird. Aber man sieht auch ganz genau, da wo eine Schnecke gewesen ist, da ist dann auch anschließend wieder alles schön sauber. Ja, die Plagen, die ich drin hatte, bzw. ich hatte eigentlich gar keine Plagen. Das ist ja momentan schon fast beängstigend. Und ich hatte Ansätze von Cyanus gehabt, die waren hinten im rechten Bereich und hier unten war ein kleines bisschen was. Die sind verschwunden. Das kann unter anderem natürlich an den Trobos-Schnecken liegen und an den Ceritium-Schnecken. Die einen fressen zum Teil so ein bisschen die Beläge, die anderen, sondern ein Sekret ab, was die Cyanus hemmt. Ich habe noch Cyanus oben an der Ceritopora Calendrium auf der Rückseite. Da ist relativ wenig Strömung und das begünstigt natürlich auch dementsprechend den Wuchs solcher Beläge. Da ist aber, ja, das ist wenig. Da werde ich hingehen, werde die entfernen und werde das im Auge behalten. Das ist aber nicht so, dass ich jetzt so ein Problem hatte wie meist wegen drüben, dass jetzt überall rote Beläge sind. Das habe ich hier gar nicht, komischerweise. Ja, ich klopfe mal schnell auf Holz, wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Also bisher läuft das Becken sehr, sehr gut und ja, ehrlich gesagt, ich kann mich nicht genug beschweren. Ich bin jetzt tatsächlich in dem Bereich, wie auch eben schon gesagt, dass ich von allem normal dosiere. Jetzt fehlt halt nur noch, dass ich das Notion N und P nicht mehr zu dosieren muss. Da hatte ich ja dementsprechend auch Fischchen nachgesetzt und da werden wir dann sehen, was dann dementsprechend da draus wird. Ob ich noch mehr besetzen muss oder ob das hier jetzt auf der Masse reicht. Das Becken ist natürlich von Korallen her sehr, sehr voll. Dann haben wir natürlich auch nur das Epo-Rief, was auf der anderen Seite immer noch ein bisschen zieht. Nicht mehr ganz so viel wie das alte, habe ich mir sagen lassen, aber es ist definitiv immer noch am Arbeiten. Und ja, aber trotz alledem, Dosierung hin oder her, das Becken steht gut, das Polypenbild ist gut, es wächst, es gedeiht und genau das war das Ziel. Ja Leute, das war die kurze Übersicht zum Becken und ich denke mal, ich haue euch noch ein paar Bilder um die Ohren und wir sehen uns dann beim nächsten, ich denke mal Live-Event wird es sein. Nächste Woche am Freitag soll es starten. Genauere Infos erfahrt ihr im Netz und hier bei mir auf dem Kanal. Und ich würde mal sagen, wenn euch das hier gefallen hat, lasst doch bitte den Daumen da. Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte, macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich wieder einen raushaue. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Bis zum nächsten Mal, euer Weiber. Ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Weiber. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Weiber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.